Macht mal ja, das ist das erste Mal eine Bälle. Ja, das tut dir, das geht. Alles klar, Manni kippel ab, let's go. Yo, yo, yo. Leute, seid ihr noch am Start hier? Ja, Leute. Ja. Nee, hilf Leander, okay. Ja, ja. In Sachen Welt bin ich schon dein Vater. Du bist Leander, der Leander-Taler. Ja, kennt ihr ihn? Das ist der Krupp. Er kann nicht gut dracken, weil er ist ein bisschen dumm. Lass mit den neuen Typen, das wird krass, ja. Jetzt fliegst du trotzdem. Rewind, Manni, rewind, 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 rewind. Ja, das ist gut. Ja, das ist richtig. Mit den letzten neuen Typen, denkst du, das wird sick, ja. Jetzt fliegst du trotzdem, fuck ist das bitter. Jetzt fliegst du wieder an, ich geh noch wieder weg, ey. Hier ist sowieso, fuck, ich hab kein Geil. Pass mal auf, wie ich das mal komm und rappe, wie man im Schwanz hältst. Ich geh gleich auf zuletzt. Yo, dann hältst du das Niko richtig. Also, verpiss dich, denn du rappst nicht richtig. Du musst den Schwanz halten, ist ja klar, du bist leiser, geht's alleine, gar nix mehr, ja. Oh, mach weiter, mach weiter. Yo, 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 deine Line war von gestern, bei mir geht nix alleine, natürlich nicht, bei dir ist meine Schwester. Yo, und sie macht gerne Handbetriebe, was soll ich dir dagegen sagen? Du brauchst da halten, Fies. Okay, das war ein ganz sick, ja. Du warst die eigenen Droh rein, reichen für dich, ja. Ich weiß nicht, wie ich ihn schaffe, er rappt mir in Nacken, aus wie ein Apfel. Was soll ich machen, ich habe keinen Abschluss, Junge, du kriegst mein Schwanz ins Gesicht, Abschluss. Du rappst grad schon lange, ja, das ist Kuren, ist ja alles wie ein Apfel, besser als du. Ja, das ist krass, wie kommst du auf sowas, was geht in deiner Familie ab? Oh, 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 oh Mach nochmal, wenn ihr denkt. Okay, Hände. Hier haben wir Hände sehen. Kein Lärm, nur Hände für Native. Kein Lärm, nur Hände für Leander ohne F. Knapp an Native, oder? Knapp an Native, knapp an Native. Macht Lärm für den Rookies. Was haben wir hier?